In diesem Video wollen wir dir den zweiten Teil vorstellen, das zweite Tool, die zweite Software, die du bei dir im Betrieb auf jeden Fall brauchst, um die Produktivität zu erhöhen, um Fehler zu vermeiden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Let's go! Ja, herzlich willkommen zum Video. Wir haben im ersten Teil schon über das Thema Vertrieb gesprochen, also wie kriegst du den Vertrieb gut strukturiert mit Software. Und jetzt wollen wir im zweiten Teil darüber reden, wie kriegst du eigentlich die Montage gut strukturiert. Also wie schaffst du es, dass du immer zu allen Baustellen die Informationen vorliegen hast? Wie schaffst du es, dass du genau weißt, wer gerade wo ist? Und wo die Ressourcen gerade gebraucht werden? Und wie schaffst du es, dass auch die Dokumentation dahinter möglichst treibungslos abläuft? Ja, ich bin ja wieder mit dem Marvin. Moin. Und wir wollen auch direkt mal einsteigen. Marvin, was würdest du sagen? Ja. Als Fulfillment verantwortlich auch bei uns, was ist für ein gutes Fulfillment für eine gute Montage im Endeffekt möglichst relevant? Ja, also wenn ich mir das so vorstelle oder auch aus diversen Gesprächen mit Partnerbetrieben, man hat natürlich immer die Situation, dass wenn man jetzt mehrere Aufträge hat und diese ganze Organisation im Hintergrund abläuft, dann hat man natürlich immer verschiedene Wissensstände. Bei irgendeinem Kunden passiert was. Ja, dann kommt hier eine A, B rein oder du hast irgendwie, der Kunde hat nochmal einen extra Wunsch und so weiter. Und da kommt einfach ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Größe auch oder einer gewissen Anzahl von Aufträgen, die man macht, kommt einfach der Punkt, dass Informationen untergehen. Das heißt, sei es einfach die Montagemappe, die man vielleicht hat, die geht raus mit aufs Fahrzeug, dann fahren die Jungs raus und dann ruft der Kunde an und hat noch einen extra Wunsch oder möchte noch was geändert haben und so weiter. Oder die Mappe ist gerade mit auf Montage gewesen, die Kolonne kommt jetzt nicht an dem Abend zurück. Sondern es bleibt einfach da liegen und zwischendurch ändert sich was an dem Auftrag, diese Information muss irgendwo hin und dann geht diese Information einfach unter vielleicht. Ja. 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 Wie viele Projekte habe ich gerade noch im Vorlauf, wie viele sind gerade in der Phase Bestellung zum Beispiel und dafür ist halt sehr, sehr wichtig, dass man sich und wir nennen das hier bei uns intern digitale Baustellenmappe einfach, dass man sich das damit beschäftigt und sowas aufsetzt, damit man eben diese ganzen Punkte, die ich eben genannt habe, da reduzieren kann und da mehr Effizienz reinbringt. Damit erstens, also was dadurch passiert ist natürlich erstens, dass die Kundenzufriedenheit steigt, weil Informationen immer berücksichtigt werden können im Idealfall und das Zweite ist natürlich, dass man auch einfach Kosten und Zeit spart, weil wenn ich jetzt eine Information vorher habe, dann weiß ich natürlich, okay, ich muss vielleicht das und das noch mitnehmen zum Kunden und sonst muss ich vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal rausfahren und dadurch entstehen natürlich unnötige Kosten. Ja, man muss noch eine Sache dazu sagen, besonders in zwei Fällen ist eine digitale Baustellenmappe eigentlich unerlässlich, das ist ein Thema eins, wenn du eine gewisse Größe mit dem Unternehmen erreicht hast, weil einfach sehr viele Player halt mitspielen und es immer mal sein kann, dass jemand ausfällt, dass jemand krank wird, dann die physische Mappe, bei dem halt vielleicht noch ein Bulli oder so liegt und halt nicht in Betrieb ist, das passiert dann sehr häufig. Und Thema zwei, wenn du diverse Projekte abwickelst, also wenn du jetzt nicht nur sagst, ich habe immer nur dieses Terrassendach nach Schema F, sondern wenn du wirklich ein bisschen Spezifikation reinbringst und zumindest unsere Partner jetzt bei der Agentur sind eigentlich alle so aufgestellt, dass sie sehr individuell arbeiten und da hast du halt bei jeder Baustelle eine andere Gegebenheit und das muss dokumentiert sein, weil ansonsten gehen die Sachen unter und der Monteur weiß es vielleicht nicht mehr erst am Wochenende und vergisst, was da los war und am Montag kommt er wieder an und weiß nicht mehr, was abging, wenn es nicht gut dokumentiert ist. Das sind halt so die beiden Cases, die du auf jeden Fall brauchst und du merkst schon, also die meisten kleinen Betriebe sind sehr individuell aufgestellt, eben weil der Inhaber es noch selber macht oder viel selber macht und auch Lust drauf hat auf diverse Sachen, da braucht man es und sobald er größer wird, wenn er dann größer wird und sagt, okay, ich mache jetzt nur noch Standardsachen, weil das skaliert ja am besten oder so, brauche es trotzdem, weil dann halt sehr viele Menschen mitspielen. Also in jedem Fall wirst du mittelfristig da nicht drum rumkommen, gerade wenn es um eine möglichst gute Effizienz geht und auch für deine Kunden ein möglichst gutes Feedback geht, weil dem Kunden kannst du halt jederzeit sagen, was abgeht, der weiß jederzeit, wo man steht, muss nicht anrufen und dann überdrehen. Drei Ecken kriegt er irgendwann mal drei Tage später eine Mail, wo gerade der Stand ist. Das Coole ist halt bei so einer digitalen Bausteinwappe ist nicht nur das Thema Information oder Informationsverlust, sondern auch, dass man sich wirklich faktisch damit Arbeit einsparen kann. Kurze Anekdote dazu oder mal so aus der Praxis. Wir haben zusammen mit einem Küchenstudio aus Wien, haben wir mal den Prozess aufgesetzt und ja, das ist so das letzte Projekt, was ich da auch begleitet hatte, deswegen ist mir das noch gut im Gedächtnis. Und zwar haben wir da auch einfach uns überlegt, was soll denn eigentlich in den verschiedenen Schritten passieren? Zum Beispiel hat der Inhaber dann gesagt, naja, an der Stelle, da wollen wir jetzt, dass eine Rechnung für eine Anzahlung rausgeht. Das heißt, dieses Projekt, das wird sozusagen, musst du dir vorstellen, wie so eine Art, wie so eine Bahn, wo man so verschiedene Phasen hat und der wandert von links nach rechts durch diese Bahn durch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, Aufmaß ist genommen, zum Beispiel in die Phase schiebe oder der geht aus der Phase raus, dann möchte ich zum Beispiel, dass dann eine Anzahlungsrechnung erstellt wird, ja, in Höhe des, ja, gewisser Prozentsatz des Auftragsvolumens, ja. Und das kann man natürlich dann direkt sogar schon automatisieren, ja, dass du zum Beispiel sagst, wenn dieses Projekt von der Phase in die andere Phase wechselt, dann soll bitte eine Information an meine Buchhaltung rausgehen, dass diese Rechnung erstellt wird oder im Idealfall sogar schon, dass diese Rechnung sogar schon automatisch erstellt wird und ich dir dann nur noch einmal prüfe und dann rausschicke zum Kunden, ja. Das ist natürlich ideal. Dadurch sparst du dir erstmal, du musst nicht dran denken. Zweitens geht das Ganze viel schneller, du hast schneller das Cash im Unternehmen und ja, das ist einfach ein guter und sauberer Prozess. Das ist ein anderes Beispiel. Bevor die Montage stattgefunden hat, sollte der Kunde, ja, war auch Wunsch des Inhabers sozusagen, sollte der Kunde eine kurze SMS bekommen, ja. Wir sind morgen bei Ihnen, wir montieren morgen Ihre Küche und das und das bitte da und da dran denken, ja, und so und so. Und dann sollte eine SMS rausgehen und genau das konnte man natürlich auch abbilden damit, dass man sagt, okay, sobald quasi derjenige die Phase verlässt und das Datum morgen sozusagen sein wird, dann sende bitte eine SMS an unseren Kunden und ja, weise ihn darauf hin, ne. Das führt natürlich dazu, dass du halt, dass du erstens auch von deinen Kunden mega professionell wahrgenommen wirst, weil ich meine, welcher Handwerksbetrieb schickt schon eine SMS raus mit Erinnerungen und zweitens hast du dadurch auch viel weniger Reibungsverlust, ja. Ja, weil der Kunde kann an alles denken und so weiter und ja, du musst halt sowas nicht manuell rausschicken, dass du vorher nochmal eine Erinnerungsmail oder so rausschickst. Also es geht wirklich automatisch, ne. Du musst da nicht ein Mitarbeiter sagen, der macht das am Abend, sondern das läuft automatisch. Der Kunde bekommt die, weil dann die Phase geschoben wurde. Es wird einmal eingestellt davor und dann läuft das dauerhaft durch. Genau. Und das ist halt cool, weil du dir dann natürlich im Hintergrund überlegen kannst, na, was möchte ich denn in verschiedenen Schritten? Möchte ich dem vielleicht nochmal irgendwie eine E-Mail zukommen lassen? Möchte ich, dass im Hintergrund ein Mitarbeiter über irgendwas benachrichtigt wird, ja. Zum Beispiel Aufmaß ist fertig, ja, dann kann zum Beispiel der Techniker nochmal, technische Planer zum Beispiel nochmal draufschauen und das Ganze dann fertigstellen. Und diese ganzen, ja, diese ganzen Automatisierungen oder Prozesse, die muss man sich natürlich im Vorfeld auch überlegen und was wir da auch gemacht haben bei dem Partnerbetrieb war, dass ich, das hatte ich auch schon mal in dem ersten Video dieser Videoserie quasi erklärt, dass man sich erstmal das Ganze im Idealfall vorstellt. Ja, es geht nicht darum, dass man sich jetzt irgendein Programm bucht, ja, wir könnten dir jetzt hier irgendwelche Software-Tools um die Ohren hauen und du könntest das direkt buchen. Darum geht es aber gar nicht. Uns geht es hier jetzt vielmehr darum, dass du auch erfährst, wie geht man sowas eigentlich an. Und zwar das Wichtigste dabei ist, dass man das erstmal auf dem Blatt Papier plant. Das heißt, welche Phasen habe ich eigentlich in meiner Montage? Ja, der Auftrag kommt rein, dann wird vielleicht Aufmaß genommen, dann technische Planung und so weiter, dann vielleicht Anzahlungsrechnung erstellen und so weiter und so fort. Bis am Ende Montage, Reklamation und Fertigstellung vielleicht dann, im Idealfall. Und diese ganzen Phasen, die sind je nach Handwerksbetrieb unterschiedlich. Da hat jeder so ein bisschen seinen idealen Ablauf gefunden. Und da geht es natürlich darum, dass man diese ganzen Phasen erstmal sich auflistet und dann natürlich im nächsten Schritt auch darunter schaut, was möchte ich denn, dass in dieser Phase dann passiert. Und das haben wir uns dann schön hingelegt und das Ganze sozusagen dann erstmal so gedanklich durchgespielt. Naja, wenn er in die Phase geht, dann möchte ich, dass er eine SMS bekommt. Ja, wenn er in die Phase geht, dann soll meine Buchhaltung eine Nachricht bekommen, dass eine Anzahlungsrechnung rausgeht und so und und und. Da hatten wir ganz, ganz viele Sachen mit drin, die man da machen kann. Und ja, das sind natürlich alle schöne Gimmicks, aber am Ende führen die dazu, dass du halt einen viel zufriedeneren Kunden hast. Ja. Dass du weniger Aufwand hast mit dem ganzen Auftrag und das einfach alles, ja, läuft wie geschmiert irgendwie. Ja, das ist einfacher. Das, wo du uns mal, wenn du ein, zwei Mitarbeiter einstellen müsstest, kann so erledigt werden und die Mitarbeiter kannst du für was anderes einsetzen, wo sie dann sinnvoller sind. Klar kann es immer und das wird in der Praxis auch immer wieder passieren, dass dieser Prozess irgendwie durcheinander kommt. Ja, dann kann hier irgendwie ein Material nicht geliefert werden, die Geräte kommen vom Hersteller nicht und so weiter. Das ist klar, das ist natürlich ein unterstützender Hilfeprozess, sag ich mal. Der wird aber nicht dafür sorgen, dass im Endeffekt jedes Problem dadurch abgefangen wird. Da muss man sich nicht, also dessen muss man sich bewusst sein. Ja, aber wie gesagt, das hilft einfach ungemein, da auch Kosten zu sparen, schneller zu sein und einem auch einfach Arbeitsschritte abzunehmen. Von daher ist das eine coole Sache gewesen und ja. Ja, das so zum zweiten Thema, also wir hatten das Vertrieb, jetzt haben wir Montage und es gibt noch ein drittes Thema, was man auf jeden Fall digitalisieren sollte. Das schauen wir uns dann im dritten Video der Reihe an. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Gib uns einen Daumen nach oben, dass wir auch sehen, okay, das geht in die richtige Richtung, was wir deinen Inhalten machen, das hilft dir weiter. Lass auf jeden Fall ein Abo da, sonst verpasst du das dritte Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.